Aileen Demetash? Ja. Ich glaube, du hast da was verloren. Danke. Du bist doch Aileen von neulich. Ja, genau. Ich weiß ja noch gar nicht, wie du heißt. Ach ja, richtig. Ich heiße Ben. Hi. Hey. Wie kommst du, dass ich dich hier in der Uni noch nie gesehen habe? Ich bin erst vor kurzem hierhergezogen. Ich komme eigentlich aus Köln. Weißt du was? Komm mit, ich zeig dir hier alles. Warte an mich. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich auch nicht. Ich habe dich so vermisst. Ich dich auch. Ich kann aber nicht so lange bleiben. Meine Eltern wissen nicht, dass wir uns wieder treffen. Ben. Das nur, weil sich die Leute nicht verstehen wollen. Vielleicht haben sie ja recht, Ben. Ich bin. Ich bin. Ich bin.